Herzlich willkommen! Ich bin ein Interimmanager. Wir kommen als Manager, um wieder zu gehen. In Unternehmen schliessen wir operative Lücken oder überbrücken einen personellen Ausfall. Häufig gefragt sind spezifische Fachkräfte und zusätzliches Know-how, wenn neue Projekte am Horizont auftauchen. Wir lösen Engpässe und bieten tatkräftige Unterstützung für Firmen und Organisationen in entscheidenden Veränderungsprozessen. In der Wirtschaft ist es wie im Leben. Beides ist in Bewegung und stetigem Wandel ausgesetzt. Es braucht nicht viel, damit eine Unternehmung mit Herausforderungen konfrontiert ist. In solchen Situationen schaffen wir Interimmanager und Managerinnen Überblick und zeigen mögliche Lösungswege auf. Zu vielen meiner verschiedenen Rollen passt das Bild von einem Schiffskapitän auf einem großen Frachter. Ich führe das Schiff, trage die Verantwortung für die Besatzung und muss das wertvolle Gut sicher ans Ziel bringen. Natürlich sind Interimmanager und Managerinnen in unterschiedlichen Funktionen unterwegs. Nicht selten werden wir eingesetzt zur punktuellen Unterstützung und Verstärkung bei Kompetenzengpässen. Mit dem Kunden entwickeln wir zielführende Strategien und können so effizient und effektiv gewünschte Veränderungen herbeiführen. Langjährige Berufstätigkeit und viel Projekterfahrung helfen uns, anspruchsvolle Aufgaben zu meistern und in jeder Angelegenheit angemessen zu reagieren. Mit unserer unabhängigen und objektiven Aussensicht lassen sich Probleme und Spannungsfelder klar erkennen und unmittelbar lösen. Dank fundierten Branchen sowie Fachkenntnissen können wir Situationen richtig einschätzen und in unserer Funktion selbstsicher und zuversichtlich sein. Im Team mit dem Auftraggeber suchen wir stets nach der bestmöglichen Lösung, um die gewünschten Ziele zu erreichen. In unserem Job ist eine hohe Sozialkompetenz sehr wichtig. Wir begegnen allen Menschen fair und respektvoll. Nach erfolgreicher getaner Arbeit übertragen wir dem Kunden wieder die volle Handlungsfähigkeit. Wir geben unser bewährtes Know-how weiter und überlassen ihm alle benötigten und erarbeiteten Tools. Wir stehen weiterhin für allfälligen Support bereit. Unsere vollbrachten Leistungen sollen schließlich nachhaltig sein. Wir bleiben mit unseren Kunden in jedem Fall in gutem Kontakt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017